Heute zeigen wir euch mal, wie ein Verkaufsfahrzeug gebaut wird, die Fertigung. Hier etwas ganz Besonderes, kein Tiefrahmen, ein Bäckermobil. Und da haben wir die Besonderheit, das muss jetzt nicht durchgehend tief sein, sondern da langt es, wenn es an ganz bestimmten Stellen etwas tiefer ist und so weiter. Hier sieht man es, da ist noch nichts drauf. Du bist der René. Genau, ich bin der René Arendt, bei uns der Geschäftsführer für den Vertrieb bei der Firma Seiko. Verkaufsgeschäfte aus Rotenburg an der Wümmer. Und ich stehe jetzt zusammen mit meinem Kollegen, mit dem Sönke Figur, Kollege aus dem Vertrieb und der Spezialist bei uns für Hähnchen- und Wochenmarktfahrzeuge. Der dich übrigens eingestellt hat, hat er mir erzählt, der ist schon länger da wie du. Tatsächlich, ja, der ist schon länger da als ich. Ich bin seit 2009 in diesem Unternehmen beschäftigt und der Kollege ist schon seit 2006. 2006 ist er schon beschäftigt. 2006, also schon lange dabei, über 20, nee, noch nicht ganz, 17 Jahre jetzt. Komm, wir schauen uns das mal gerade an, denn hier ist eine Besonderheit. Hier sieht man sehr schön nämlich den Aufbau. Wir haben hier auch GFK und wir haben auch diesen Schaum. Genau, genau. Dieses ist eine komplette GFK-Bodengruppe. Ein komplettes GFK-Formteil zusätzlich mit Isolation. Und das ist auf dem, das praktisch wie eine Wanne ist das Ganze gefertigt. Aus Glasfaser verstärkten Kunststoff, was wir selber herstellen. Und hier drauf werden dann nachher die Wände gestellt. Die werden also mit dieser Bodenwanne verklebt. Die Bodenwanne selber ist jetzt auch verklebt mit dem Originalchassis, mit dem Flachbodenschassis eines Renault Masters. Heckwand ist entfernt, wie man hier sehr schön sehen kann. Und auch der Innenhimmel ist entfernt. Es gibt für dieses Fahrzeug original keinen hohen Innenhimmel, weil wenn man durch so ein Fahrzeug durchgeht und den originalen Himmel hat, würde man sich immer den Kopf stoßen, wenn man von hinten nach vorne durchgeht. Deswegen formen wir selber einen Innenhimmel. Das ist auch eine Besonderheit bei den Fahrzeugen für Bäcker, denn die stehen ja nicht fünf Stunden an einer Stelle, sondern die fahren ja von A nach B, Klingeln und so weiter. Da müssen die von der Fahrerkabine nach vorne gehen können. Richtig, genau. Da brauchen die einfach eben einen Durchgang, weil sie können ja nicht 50 Mal am Tag außen rumlaufen. Deswegen haben die einfach eine Drehtür zwischen den Sitzen. Das Ganze ist hochgradig ausbesserungsfähig. Das heißt, wenn man hier anfährt, GFK, kannst du ausbessern. Ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Machen wir es auch regelmäßig, weil es kommt natürlich schon mal vor, dass man irgendwo gegenfährt. Wie gesagt, dann wird einfach eine Laminatspachtel genommen und neue Fasermatten drauflaminiert, geschliffen und neu lackiert. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das Gute ist auch, da ist überhaupt gar kein Holz in dem Fußboden drin. Das heißt, da kann nichts rotten oder gammeln. Und überall, wo später Möbel stehen werden, das kann man hier sehr schön sehen, ist der Fußboden deutlich abgesenkt. Das bedeutet, da, wo später hier die Kisten stehen, wird kein Dreck unter die Ware kommen. Hygienisch, also einwandfrei. Keinerlei Silikonnäht oder irgendwas im Fußboden. Da kann nichts reißen, gammeln oder was auch immer. Ja, sieht man schön in den Schaum. Total wartungsfrei. Die Wände haben die gleichen Dimensionen? Ja, die Wände haben die gleichen Dimensionen wie bei allen Fahrzeugen bei uns, 43 Millimeter. Extrem robust, extrem stark isolierend, wie ein moderner Kühlzug. Feuchtigkeit kann da nicht rein. Das heißt also, das kann jetzt nass werden, das spielt keine Rolle. Nein, nein, das ist überhaupt gar kein Problem. Also mit Feuchtigkeit haben wir da keinerlei Berührungspunkte. Also das nimmt keine Feuchtigkeit auf. Keine Feuchtigkeit. Das ist ganz wichtig, feuchtigkeitsabweisend. So, ihr baut jetzt hier gerade eine Kleinserie, oder? Genau, das ist auch unser Hauptgeschäft, Serienfertigung. Bestehen meistens so zwischen vier, sechs oder acht Fahrzeugen, baugleichen Typs und sind da noch ein bisschen abwandelbar. Hier bauen wir jetzt fünf Bäckermobile. Vier sehen wir jetzt hier in dieser Halle. Fußböden sind wie gesagt drauf. Hier links sehen wir schon die Wände, die da schon vorgefertigt worden sind. Die werden jetzt als nächstes verklebt und aufgestellt, so nennen wir das. Und danach gehen die Fahrzeuge dann in unser zweites Werk in Rotenburg, in die Lackiererei und werden dort komplett von außen lackiert. Sag mal, wenn du mal gerade so lieb bist, den Kollegen sagst, sollen wir gerade das Radio ausmachen, wegen der GEMA, das ist jetzt im Moment kein Problem. Man sieht hier sehr schön die Aluprofile, die hier eingelassen sind. Genau, genau. Also wir haben ja hier eine Kombination aus einem normalen Sandwich und aus einem Alu-Gerippe-Bau, was man hier gut sehen kann. Wir haben überall dort, wo sich Karosserieöffnungen wie diese Tür hier befinden, haben wir einen Alu-Rahmen, der komplett von der Decke bis zum Boden durchgeht. Und er ist auch nochmal horizontal nochmal ausgesteift, um letztendlich ein Maximum an Stabilität dort auch reinzubekommen. Wichtig ist ja im Falle eines Schadens, es könnte ja mal ein Auffahrunfall passieren, diese Fahrzeuge liegen nicht anschließend zerlegt auf der Straße rum, wie man das leider von Wohnmobilen kennt. Das heißt, die haben auch maximale passive Sicherheit, oder? Ja, absolut. Und das ist alles extrem robust verarbeitet, es wird komplett verklebt, es wird dort also nichts geschraubt und so weiter, sondern wir haben eine sehr hohe Flächenstabilität, dadurch, dass wir großflächig kleben. Und das kriegen sie gut nicht auseinander. Es ist immer sehr schwer, den Kunden zu erklären, dass das Fahrzeug vielleicht doch total schaden ist, weil sie danach noch so gut aussehen. Es geht, das ist ja oft die Problematik, man muss einen Gutachter holen, da sieht man nicht so viel, holt einen Gutachter. Es geht mir um was anderes, es geht darum, dass die Fahrzeuge auch angefahren werden könnten, theoretisch, wenn sie stehen. Und die Leute sind recht geschützt in den Käfig, oder? Ja, das ist auch das Bestreben. Früher lag wirklich ein kompletter Aufbau unten, flog durch die Gegend, ich habe schon Unfälle gesehen, das ist brutal, wenn die einen Laternenmast mitnehmen oder sowas. Und hier ist es wirklich so, das bleibt zusammen, das fliegt nicht auseinander, aber man sieht eben auch manchmal, Schäden sehen dann relativ harmlos aus. Und selbst wenn du mit einer offenen Verkaufsklappe irgendwo gegenfährst, weil jemand das einfach vergessen hat, trotz Warnsignale die Verkaufsklappe zu schließen gegen Leitfall oder irgendwas Gegengefahrenes, gegen Laternenmast, oder es fährt jemand anders dagegen, selbst dann fliegt der Aufbau nicht runter. Sondern auch dort gibt es sogenannte Sollbruchstellen, damit entsprechend als erstes die Verkaufsklappe abreißt. Da sieht man auch sehr schön das GFK hier, das ist Glasfaser verstärkter Kunststoff. Und das ist nochmal ein bisschen erklärungsbedürftig. Warum verwendet ihr GFK? Man könnte ja auch Alu nehmen. Ja, natürlich könnte man auch Alu nehmen, aber Alu ist ein sehr starker Wärmeleiter. Das bedeutet, also dann haben wir irgendwann ein Problem mit Kältebrücken im Innenraum. Wir haben ein deutlich anspruchsvolleres Material bei Alu, weil es sehr, sehr weich ist. Das bedeutet, dieses ist viel, viel stoßfester, wenn Oma Lieschen mit ihrem Einkaufswagen mal versehentlich gegen den Bäcker wagen. Das macht ihm nichts, oder? Nö, 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 das macht gar nichts. Das kann man hier also auch sehen, da passiert überhaupt nichts. Das ist ein sehr dickes GFK, 1,3 Millimeter. Ganz bewusst diese Stärken, wir haben es auch schon mal mit dünneren ausprobiert, aber alle Tests haben uns einfach gezeigt, 1,3 Millimeter ist für uns die richtige Stärke. Und hier haben wir dann einen ganz fein extrudierten Schaum mit dabei, der also hochfest ist und vor allen Dingen auch sehr, sehr gut isoliert. Von drinnen auch das Ganze mit GFK versehen. Das Einzige, was Aluminium bei uns in der Außenhaut ist, ist tatsächlich die Verkaufsklappe von außen, weil sie anderen Temperaturen und Verwindungsstafigkeit und so weiter entspricht. Alurost ist ja auch auf dem Thema, das du denn siehst bei älteren Fahrzeugen, die da anfangen, ich sag mal zu oxidieren außen an der Aluwand, das kennt ihr auch nicht, oder? Von früher vielleicht, das haben wir schon mal gesehen, so was. Unsere Alurahmen sind vorher immer einmal pulverbeschichtet, dann haben wir Speziallacke drauf, das passiert dann nicht. So, hier sieht man sehr schön. Was ist denn das Fahrzeug, was am weitesten hier ausgebaut ist in der Reihe, oder sind die alle parallel? Die laufen parallel. Das heißt, das ist der Vorteil der Serienfertigung, dass alle Schritte parallel laufen. Habt ihr so was wie computergesteuerte Werkzeugmaschinen? Ja, wir haben also, wir haben also dort auch Bearbeitungszentren, bei uns in der Tischlerei beispielsweise, wo also, ich sag mal, du packst einen Holzwerkstoff rein und kommt nachher ein fertiges raus mit Bohrungen, Löchern und so weiter, fertig gesägt. Also auch so was haben wir bei uns. In dieser Halle haben wir es nicht. Hier haben wir einen großen Kran, um letztendlich den Kollegen nachher die Arbeit zu erleichtern. Das siehst du, wenn du nach vorne schaust, damit werden die Wände nachher angepasst und gehoben. Im Frühjahr haben das die Kollegen alles mit der Hand gemacht, aber das ist mittlerweile alles mit einem ganz einfachen Kran gelöst. Ihr seid mittlerweile multifunktionell, fertigt nicht nur noch Verkaufsfahrzeuge, sondern auch Wohnmobile. Ihr habt jetzt Freizeitanhänger und so weiter. Das ist sehr nah beieinander. Aber die Qualität könnt ihr nicht lassen. Ihr müsst das bauen, als wäre es für die Ewigkeit immer. Genau, also unsere Fahrzeuge sind für die Ewigkeit gebaut. Also es ist keine Seltenheit, dass Fahrzeuge also auch über 20 Jahre genutzt werden. Wir haben im Moment, da werden wir gleich nochmal vorbeigehen, einen Anhänger, der ist glaube ich schon 30 Jahre alt, den bauen wir gerade wieder ein bisschen frisch auf für den Kunden von uns. Die werden also sehr, sehr lange genutzt aufgrund der schweren Qualität, die wir da verwenden. Also man kann es ja hier sehen aufgrund der Baustoffe, die für die Wände da sind. Fahrgestelle sehen wir auch gleich nochmal. Da verwenden wir ja neben den Originalchassis hauptsächlich eigene Fahrgestelle, die wir selber fährt, den Tiefrahmen aus feuerverzinktem Stahl. Also das ist schon sehr, sehr robust und für den härtesten Arbeitsalltag, weil die Leute gehen einfach nicht rabiat damit um, weil sie müssen damit Geld verdienen, haben sie einfach keine Zeit schonend damit umzugehen. Sagen wir mal, die Klappe, die hat ja unglaubliche Last auf den Aufbau. Habt ihr die verstärkt dann in der Aufnahme oder wie läuft das? Ja, da ist der Rahmen entsprechend verstärkt. Du siehst ja, hier sind auch Metalleinlagen in den Wänden drin und überall da, wo wir besondere Lasten haben, fügen wir zusätzlich auch noch Metallrahmen mit ein. Achso, die sind durchgezogen. Ja, die sind komplett. Die Wände sehen aus wie aus einem Stück, werden aber hier komplett bei uns gefertigt mit ganz, ganz... Achso, ihr klebt das KfK drauf? Das machen wir komplett selber. Wir haben eine große Vakuum-Unterdruckpresse, wo wir die Wände selber herstellen aus den einzelnen Materialien und hier kann man es übrigens sehr schön sehen, dass dieser Rahmen hier drin ist. Und unter der Verkaufsklappe ist es so, in dem Bereich, wo die Theken sind, dass der Rahmen nur halb so dick ist wie die Wand und die andere Hälfte gegengefüttert wird, um entsprechend dort Kältebrücken zu minimieren. Und ja, wir bauen die Wohnmobile exakt genauso wie die Verkaufsfahrzeuge. Die sind genauso robust, die haben genauso die gleiche Isolierung und die Langlebigkeit wie unsere, sag ich mal, täglich eingesetzten und, ich sag mal, gequälten Verkaufsfahrzeuge. Ja, da ist natürlich noch viel wichtiger, dass sie robust und stabil sind, falls es mal zum Unfall kommt. Weil beim Wohnmobil, da darf man zwar nicht, aber da ist dann doch vielleicht mal einer drin oder sitzt im Innenraum, weil da ein Gurtbock montiert ist, das eben nicht alles auseinanderfliegt, oder? Ja, definitiv, definitiv. Also die Fahrzeuge, die stehen, auch nach einem Unfall. Also wir haben hier schon die härtesten Unfälle erlebt, also dass ein Aufbau runtergerissen ist, habe ich bei unseren Fahrzeugen. Ihr habt ja hunderte, wenn nicht tausende von Fahrzeugen gebaut im Laufe der Zeit. Und da waren ja auch schon schwere Unfälle dabei, Auffahrunfälle und alles, oder? Genau, genau, definitiv. Und dann hat man vielleicht irgendwo noch eine Wand, wenn da irgendwo einer extrem gegengefahren ist. Aber dass wir eine Wand runtergerissen haben, das habe ich so noch nicht gesehen. Also ganz wichtig, dass ihr das wisst, weil bei vielen Teilintegrierten, die ich gesehen hatte, da gab es Probleme. Jetzt haben wir hier ein neues Fahrgestell in Renault. Seit wann baut ihr Renault? Genau, Renault haben wir seit 2014 bei uns im Programm. Ist hauptsächlich ein Fahrzeug, was wir im Bäckerbereich nutzen. Tolles Auto, Biturbo, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, toller Service. Also ich liebe Renault. Du weißt, wir kommen aus dem Saarland. Da wird bei uns stark gefahren. Ja, also es ist tatsächlich auch bei Bäckern ein oftmals sehr genutztes Fahrzeug. Und es ist eben sehr wendig und hier auch ein sehr robuster Motor mit drin. Also da kommt man echt ganz gut mit voran. Richtig Drehmoment, ja. Es gibt noch keine Automatik, das ist der einzige Haupt. Nee, leider nicht, leider nicht. Aber ich habe schon gehört, die meisten Basisfahrzeuge bei euch werden eh mit Schaltgetriebe gekauft. Also vielleicht hat der Chef mal selber eine Automatik. Und ja, die Langlebigkeit ist euch ja wichtig bei den Fahrgestellen. Das heißt, ihr könnt die ja auch ohne Fahrgestelle verkaufen als Anhänger. Selbstverständlich. Das läuft ja auch. Aber das ist dann für die Manövrierfähigkeit für jemanden, der nur einen B-Führerschein hat. Der braucht einen Anhängerführerschein. Also meistens habt ihr B, also das heißt 3,5 Tonnen. Ja, 3,5 Tonnen. Oder dann halt die Anhängerfahrer haben dann BE. Und da muss ich dazu sagen, dass wir mittlerweile immer mehr Fahrzeuge mit einem sogenannten Mover ausstatten. Das bedeutet also, dort hat dann der Wagen selber einen Radantrieb, den man also wie so ein kleines Funkfern gesteuertes Fahrzeug also ganz einfach steuern kann. Also das ist natürlich gerade auf dem Wochenmarkt eine total klasse Geschichte. Fußbodenerwärmung. Genau, Fußbodenerwärmung. Das ist super, dass das hier jetzt zufällig gerade liegt. Bauen wir jetzt gerade wieder in Fahrzeugen ein. Wird im Fußboden direkt einlaminiert und später kommt der Fußbodenbelach drüber. Ist ganz toll, um einfach auch im Winter warme Füße zu haben. Ist nicht dafür da, um den Raum irgendwie auf 30 Grad zu erhitzen, aber du hast eben einfach die Möglichkeit, dass du keine Eisfüße hast und dort immer eine sehr angenehme Temperatur hast. Gerade bei den Frauen, die dann, sag ich mal, die die Fahnen hochhalten auf dem Wochenmarkt, ist das eine super Geschichte. Hier sieht man auch, ihr habt dort das stabilste Material der Welt genommen, ein Wabenkonstrukt, damit es noch stabiler am Boden ist. Genau, genau. Also das ist höchste Stabilität und vor allen Dingen, es isoliert sehr, sehr gut und es ist auch leicht. Also das sind die Hauptgründe dafür. Also Luft ist ein guter Isolator, ne? Ja, Luft ist super. Also ich meine, die Bienen machen uns ja auch vor, muss man ja einfach mal so sagen. Und vor allen Dingen, meistens wird ja sonst Holz in Fußböden verwendet. Das haben wir bei uns gar nicht drin. Einfach Feuchtigkeit. Richtig, Feuchtigkeit. Irgendwas fällt mal runter, da geht irgendwo was kaputt oder über zehn Jahre tritt sich irgendwann mal ein Fußbohenbelach ab. Dann ist eine Wabe kaputt und das war's. Und der Rest, das läuft da nicht rein. Nö, überhaupt gar kein Problem. Kannst du immer wieder super ausreparieren. Das kenne ich bei VarioMobil, die haben auch so eine Maschine. Da wird Unterdruck erzeugt über eine gewisse Zeit. Die wird nicht erwärmt, oder? Nein. Du kannst das gut erklären gerade. Nein, ich hab das schon gefilmt. Genau. Wir fertigen also praktisch jetzt hier aus mehreren Verbundwerkstoffen unsere Wände. Und dafür brauchen wir diese Vakuumpresse. Und das ist auch das, womit du den größten Druck eigentlich und den gleichmäßigen Druck erzeugen kannst. Also wirklich mit Unterdruck. Man sieht hier jetzt wenig, weil sie gerade arbeitet. Genau, man sieht nichts im Prinzip. Da ist was drunter im Moment. Genau, genau. Da ist was drunter. So vom Hintergrund her, wenn wir da Kamera vielleicht einmal so ein bisschen rumschwenken können. Man sieht dort große Rollen von GFK. Im Prinzip kann man sich vorstellen, als erstes wird das GFK ausgerollt mit einem Kleber versehen. Dann kommt der Rahmen drauf, unser Dämmmaterial. Dann kommt wieder Kleber, die nächste GFK-Deckschicht und dann... Ihr seid wahnsinnig. Das heißt, ihr baut mit einem Alu-Fachwerk quasi mit einem wasserabweisenden Innendämmstoff. Genau. Mit verstärkten Türen, für die Ewigkeit baut ihr. Wissen die Leute das denn zu schätzen, eure Kunden? Ja, also wir haben viele Kunden, die seit vielen, vielen Jahren bei uns kaufen, genau weil sie diese Langlebigkeit nämlich schätzen. Weil das siehst du ja nicht von außen. Nee, nee, nee. Deswegen sage ich mal ganz wichtig, guckt euch das einfach an, was wir hier machen, weil nur dann versteht man, warum so ein Fahrzeug, das kostet, was es kostet und warum unsere Fahrzeuge die richtige Wahl sind. Hier sieht man ein sehr schönes Material. Das sind jetzt hier verschiedene Stärken oder Farben? Das sind verschiedene Farben. Früher hat man die Fahrzeuge drin, Grünbrau, Gläub, Orange, einfach lackiert. Aber das Problem ist immer, wenn du einen Kratzer in die Wand haust, was einfach im Tagesalltag passiert, hast du immer einen weißen Kratzer. Und hier hast du halt einfach einen grauen Kratzer. Dann fällt das nicht so doll auf. Kannst du natürlich heute immer noch farbig lackieren oder vertefeln, aber die meisten nutzen einfach nur noch dieses farbige GFK, weil es einfach robust ist. Wie gesagt, 1,3 Millimeter, das ist schon eine Hausnummer. Das kriegst du nicht so einfach kaputt, oder? Nö, ach Quatsch, das kriegst du nicht kaputt, das ist robust. Auch wenn du mal irgendwie einen leichten Hagel oder sowas hast, da hast du nicht gleich einen Hagelschaden drin. Das ist schon eine super Sache. So, ich zeige mal gerade, hier vorne wird nämlich... Die kleine Tür wird hier gerade gefertigt. Auch da kann man sehen, richtig massive Rahmen ringsrum. Da ist der Ausschnitt, also auch das ist jetzt eine normale Durchgangstür. Also auch die ist genauso gut isoliert wie der ganze Rest vom Wagen. Die ist identisch von den Wärmemaßen. Ja, ja, ja. Das gleiche Material. Genau, komplett das gleiche Material. Dichtung, das ist ja auch so ein Thema, wie ich hier sehe. Da habt ihr auch einen guten Lieferanten? Ja, also da sind wir auch sehr zufrieden mit. Also Dichtung ist bei uns eigentlich kein Thema. So, Kunststoffe, Kleber. Da ist man ja unglaublich darauf angewiesen, dass, ich sag mal, die Temperaturstimmen, aber auch der Lieferant seinen Werkstoff nicht ändert. Richtig, richtig. Also da haben wir auch schon viel probiert. Sag mal, haben wir diese Produktionsschritte, haben wir seit 1999, haben wir damit angefangen. Und in den ersten Jahren haben wir da also sehr, sehr viel, sag ich mal, auch Lehrgeld bezahlt. Bis wir dann jetzt bei dem Produkt und bei dem Lieferanten angekommen sind, wo wir heute sind und das funktioniert super. Sag mal, das sieht alles so neu aus. Ist die neue, die Halle? Die Halle selber nicht. Die Halle, wo wir eben gerade waren, die ist ungefähr drei, vier Jahre alt. Aber hier sind, die Plattenpresse ist komplett neu. Der Kran darüber ist ja auch relativ neu. Also wir investieren regelmäßig bei uns in die Maschine, um einfach auch die beste Qualität für den Kunden liefern zu können. Und vor allen Dingen auch, um für die Kollegen hier einen tollen Arbeitsplatz zu schaffen. Weil nichts ist schlimmer, als wenn du mal irgendwie mit alten Maschinen arbeiten musst. Weil wir wollen hier schließlich, dass unsere Kollegen, unser Team, dass sie eben einfach Bock auf die Arbeit selber haben. Und die sind alle hoch motiviert, die haben da richtig Lust drauf. Und das macht richtig Spaß, mit unserem Riesenteam hier zu arbeiten. Ungefähr 75 Mitarbeiter sind wir. 75. Guck mal hier, da hinten den Haufen, den kenne ich. Aus dem Baumarkt. Das ist so eine Zuschnittmaschine, oder? Ja, das ist richtig. So oft benutzen wir sie nicht. Früher, wo man mit Sandwich gearbeitet hat, hat man das genutzt. Also mit Industrie-Sandwich, das machen wir schon ewig. Achso, die kauft ihr nicht mehr zu, oder? Gar nicht, überhaupt nicht. Arbeiten wir nicht mit. Also nicht mit dem Industrie-Sandwich als Aufbauwand oder so. Aber ihr braucht sie ab und zu noch, oder? Ganz selten. Also wenn jemand so eine Maschine will und gutes Geld bezahlt. Genau, schreibt uns. Also zum Schneiden, der unsere Isolierplatten nutzt, wir sind natürlich schon, aber... Das war Spaß. Ich wollte nur nochmal zeigen. Ja, das war sie schon. So, ihr habt eine riesen Zuschnittmaschine. Das habe ich nämlich gesehen. Thema Lüftung. Ist hier eine Lüftungsanlage dahinter? Ja, selbstverständlich. Lüftungsanlage ist mit dabei. Warum? Ist so eine fette Lüftung? Wegen den Dämpfen? Ja, und dafür brauchst du sie natürlich. Du riechst nichts hier drin. Nee, nee, nee. Also es ist Frischluft. Es riecht gut. Ist die klimatisiert, die Halle eigentlich? Nein, klimatisiert ist sie nicht. Ist das ein Problem im Sommer? Nein, also wir haben ja große Rolltouren und so weiter, um es entsprechend dann auch ein bisschen zugig zu machen. Also das funktioniert so ganz gut. Okay, klasse. Aber auch die Halle ist gut isoliert. Mahlzeit. So, jetzt gehen wir mal hier rüber. Das ist der nächste Punkt. Hier sieht man die Arbeitsvorbereitung, die wir hier haben. Und auch da, wenn du mal ganz kurz ein bisschen leiser machst, bitte. Sagen wir so lieb. Genau, hier werden also Edelstahlverarbeitung, das machen wir hier in der Halle. Hier hältst du jetzt gerade auf Bauteile für Hähnchenfahrzeuge rauf. Also auch die bauen wir selber. Wir haben auch noch in unserer Firmengruppe, haben wir auch noch eine Firma, die ausschließliche Metallverarbeitung macht. Wir sind also ein sehr großer Firmenkomplex. Also Seiko ist nur eine Firma von der Bad Co., von der Bad Company, wozu also auch noch andere Unternehmen gehören. So, und das ist die Edelstahlwanne, die schweißen wir wahrscheinlich nicht selber, oder? Doch, doch, die schweißen wir selber, komplett selber, weil wir haben da auch verschiedene Ansprüche von den Kunden. Der eine sagt, ich möchte sie drei Zentimeter schmaler, der andere weniger haben. Ja, das kriegen wir alles hin. Du kriegst Abläufe mit hin. Nochmal, nochmal, ihr schweißt die Edelstahlwanne selber. Ja, genau. Das musst du schon können, oder? Wenn du es nicht kannst, hast du es lassen. Das habe ich mal probiert. Wenn es nicht verarbeitet ist, ist es wirklich allererstes Arne. Siehst du das? Ja. Und hier ist wirklich die ganze Wanne, alles Handarbeit. Ich vergleiche das immer gern mit so Luxusmarken, die auch alles von Hand machen. Ja, was sehr geil ist, ihr habt die selbstverständlich abgeschliffen, aber Edelstahl, naja gut, anderes Thema. Also ich bin ein schlechter Handwerker. Dann hier eine kleine Schneidemaschine, oder was ist das hier? Genau, Kantbank haben wir hier noch mit dabei. Also da sind wir also mit allen Maschinen soweit gut ausgestattet, muss ich sagen. Edelstahl wird meistens auf Rollen geliefert. Cool. Und wie gesagt, wir bauen die Teile halt alle selber. An so einem Wagen sind, ich sage jetzt einmal 5000 Teile dran. Die meisten versuchen wir selber zu bauen. Also das ist echt klasse, so wie hier. Das wird jetzt extrem interessant. Aber ihr baut das Fahrwerk selber? Ja, wir bauen das Fahrwerk komplett selber. Das Fahrwerk nicht, aber das Fahrgestell. Genau, das Fahrgestell selber. Die Achsen kriegen wir natürlich zugeliefert. Na, aber wie gesagt, das Fahrgestell bauen wir komplett selber. Es wird für jeden Wagen einzeln, werden die einzelnen Träger gezeichnet. Je nachdem, welche Belastung wo sein soll. Die werden dann bestellt und wir schweißen sie im Prinzip dann zusammen. Auch aus ganz speziellem Stahl. Das ist also ein spezieller Feinkornstahl, den wir verwenden. Nicht nur normaler Baustahl, sondern ein Stahl, der sehr, sehr robust ist, viel abkann, aber relativ wenig wiegt. Ihr schweißt die Fahrgestelle selber? Ja, die schweißen wir komplett selber, die Fahrgestelle. Du kannst doch nicht einfach so ein Fahrgestell schweißen und das muss doch TÜV abgenommen werden. Genau, genau. Das wird bei uns komplett TÜV abgenommen. Dafür haben wir ein Einzelabnehmungsverfahren und spezielle Bremsengutachten. Wenn es sich jetzt um ein normales Fahrzeug, also um komplett mobil handelt, wie ein Ducato mit einem Tiefrahmen dran, dafür haben wir eine TÜV-Vollabnahme. Die wird hier komplett gemacht. Also ihr kauft die nicht bei Alko zu? Nein, nein, nein. Die bauen wir selber. Die kaufen wir nicht bei Alko zu. Unsere sind auch, weil wir eben einfach Fahrzeuge im harten Einsatz haben, sind unsere Fahrzeuge, unsere Fahrgestelle deutlich robuster. Also da kannst du diesen Träger hier nicht verbiegen. Also bei anderen kannst du es aber hier, wie du siehst, ich halte bewusst gegen und dritte mit meiner Kraft. Okay, ich verstehe. Das heißt, der Träger alleine trägt schon. Normalerweise ist der ja im Verbund dann steifer. Genau, genau. Aber hier brauchst du nicht. Das Ding ist so robust, auch die Fahrgestelle selber, 20 Zentimeter hoch, eine irre dicke Materialstärke. Aber das Zinken macht der nicht selber? Nein, das machen wir tatsächlich nicht selber. Endlich mal was. Ja, endlich mal was, was wir nicht selber machen. Du siehst auch, es sind überall komplett offene Hohlprofile, damit nämlich überall die Verzinkung reinläuft. Weil das Fahrgestell taucht ja einmal ein, die Verzinkung läuft überall hin und dann wird das in einem Prozess ausgebacken. Was hast du für eine Expertise, was hast du gelernt? Ich habe Automobilkaufmann gelernt. Okay, dann weißt du alles mit Hohlräumen und... Das habe ich hier in den vielen Jahren meiner Betriebsfähigkeit gelernt, genau. Okay, Mann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ihr gute Qualität baut. Ist das nicht zu gut manchmal, weil es gibt ja auch einen gewissen Preiskampf am Markt, also dass ihr sagt, ihr habt die Qualität? Ja, also früher haben wir Preiskämpfe gemacht in dem Bereich und heute sagen wir einfach, wir sparen nicht an der Qualität. Und wenn das Fahrzeug denn teurer ist, dann können wir es jetzt auch nicht ändern. Aber wir wollen einfach mit Qualität, wollen wir glänzen und wir wollen einfach das beste Produkt am Markt liefern. Und ich meine, da sind wir ganz weit oben angesiedelt. Und unsere Kunden, die danken uns das auch und die haben auch die Preissteigerung in dem Bereich, sage ich mal, von günstiger Qualität zu hochwertiger Qualität also auch mitgemacht. So, was wird das hier für einer? Das wird vermutlich auch ein Bäcker. Bäcker. Genau, der gehört zu den Fahrzeugen, die wir eben gerade schon gesehen haben. Und das ist jetzt noch der letzte aus der Reihe. Okay, das heißt, hier sieht man auch noch diese Plattformen. Da ist jetzt kein Leiterrahmen drunter, sondern hier dieses Blech. Genau, genau. Das ist ein sogenanntes Flachbodenfahrgestell. Und da kommt jetzt hinten, man sieht hier zwei Punkte jetzt hier am Heck, wo hinten noch Träger rankommen. Hier kommt hinten noch eine Fahrgestellverlängerung, kommt hier noch dran. Und dann kommt später hinten noch ein Tritt dran. Die Fahrgestellverlängerung bauen wir selber. Die wird dann auch wieder feuerverzinkt. Und da kommt dann später unsere Bodenwanne drauf, die wir eben hier auch schon gesehen haben. Boah, ihr seid richtig Fahrzeughersteller. Ja, ja, ja. Das ist nicht die Fahrzeugmanufaktur. Hier kommt nichts irgendwie aus dem Karton, sondern das wird alles hier direkt nach Wunsch und Maß wird das hier gefertigt. Also das ist schon ganz, ganz hohe Baukunst. Und vor allen Dingen, wir haben ja nicht nur den Fahrzeugbau, sondern wir haben ja noch einen kompletten Ladenbau, gehört ja auch noch mit dazu. Also das Thema Kühltechnik, die Kühltheken bauen wir selber, die Aggregate werden für uns zusammengestellt. Wir haben kompletten Möbelbau, also auch da sind keine vorgefertigten Möbel, sondern wirklich noch das reine Holz kommt hier angeliefert und wird dann mit Schichtstoffen belegt und Möbelkannen angefahren und so weiter und so fort. Sagen wir mal so, die Margen, wenn ihr jetzt mal alles zusammenrechnet, Fahrgestellst 30.000 Euro, hier, da, die ganze Arbeitszeit mit allen drum und dran. Ich dachte am Anfang, ihr seid direkt Multimillionäre, aber das Geld ist schon hart verdient. Ja, 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 definitiv. Ich meine das nur aus Menschenfreundlichkeit. Aus Menschenfreundlichkeit macht ihr das. Also man muss immer so sagen, so ungefähr 50% Materialeinsatz hast du bei so Fahrzeug und ungefähr 50% ist Personal. Ja, bleibt ja noch was übrig, ihr macht ja im Prinzip Direktvertrieb. Also für einen Zwischenvertrieb bleibt die Marge nicht, oder? Nein, nein, also das machen wir komplett selber und das ist auch einer der Gründe, weil wir wollen einfach für unseren Kunden das beste Produkt, aber auch zu einem fairen und vernünftigen Kurs und deswegen arbeiten wir da nicht mehr zwischen Händler zusammen. Das ist die Glocke, oder? Genau, genau, das ist das Leutewerk, ich sage immer, klingel dazu, damit du dich auch entsprechend dann bemerkbar machen kannst. Krass. Der Bäcker kommt. Ja, das ist cool. Genau, hier kannst du so einen Bäcker zum Beispiel mal sehen, das ist jetzt ein Fahrzeug, den haben wir jetzt verkauft, der wird gerade... Preis von so einem Fahrzeug, was kostet das? Bei dem Fahrzeug hier sind wir so bei knapp 80.000, plus Steuern. Plus Steuern, also rund 100. Netto plus Steuern, der wird jetzt hier für den Kunden noch zusätzlich mit einer Brotschneidemaschine ausgestattet, der steht dann nachher auf dem Wochenmarkt. Also rund 100.000 Boto? Ja. Das, wenn du es dann hast und dann könnte ich mich als Bäcker... Gibt es die auch mit Aufpackstationen? Nee, sowas habt ihr nicht. Wir haben auch schon welche mit Öfen gebaut, doch haben wir auch schon gemacht. Krass. So, und hier vorne wären dann die Brötchen drin, das kenne ich. Genau. Dann habt ihr alles verfugt, das haben wir draußen schon gezeigt, in den anderen Autos. Ja, also da geben sich die Kollegen echt Mühe, also ich selber kriege das nicht so gut hin, also im Traum nicht. Also das sind so eine schönen, kleinen, filigranen und gleichmäßigen Siegelnähte, also das ist echt Wahnsinn. Da bin ich immer total stolz auf unsere Kollegen. Und öffnen, schließen elektrisch? Öffnen, schließen ist hier elektrisch bei dem Wagen, weil das ist eigentlich ein Fahrzeug für Straßenverkauf, deswegen hat der auch ein Batteriepaket dabei und den Durchgang nach vorne. Da zeige ich dir auch gleich auch nochmal was, das ist ganz interessant. Wir hatten uns vorhin dazu unterhalten, dass es die Innenhimmel, dass es die nicht zu kaufen gibt, damit man ein hohes Dach hat. Dieses Fahrzeug ist ein Fiat Ducato, deswegen auch der Tiefrahmen, der ist also deutlich tiefer als das Fahrzeug, was wir eben gerade hatten. Da haben wir den Innenhimmel selber gemacht. Das bedeutet, also das originale Dach wurde entfernt und wir haben hier ein GfK-Formteil hergestellt. Das sieht aus wie aus einem Guss, wie aus einem Krankenwagen. Ja, also das gibt es nirgendwo, man sieht es direkt an der A-Säule angesetzt. Und ihr habt die Sicherung nach vorne verlegt? Ja, ja, das ist alles hier mit drin, damit du alles vom Fahrersitz aus machen kannst. Der Hauptschalter ist hier, da unten ist der Wechselrichter. Genau, selbst die B-Säule ist komplett verkleidet, andere packen da irgendwie so von Heizungsrohren diese grauen Schaumstoffteile damit rein. Boah, das sind übrigens alles GfK-Form. Warte mal, ich komme mal, ihr habt alles aus GfK gemacht, das heißt ein riesen Aufwand dahinter. Wie oft kann ich denn den Nutzen ziehen aus dem Formteil, bis es kaputt ist, oder geht das öfter? Das geht öfter, also das können wir über viele Jahre verwenden, bis wir dann tatsächlich, sag mal, die Form soweit, ich nenne das jetzt mal ausgenudelt haben, dass wir eine neue brauchen. Ausgelutscht. Ausgelutscht oder so. Okay, das heißt, es wird ja jedes Mal rausgetrennt, dann hast du immer ein bisschen Abtrag, Materialabtrag und irgendwann ist die fertig, die Form. Ja, genau, aber wie gesagt, da kommst du ein paar Jahre mit hin. So, und vier Ducato, habt ihr genug Fahrgestell? Ja, wir hätten gerne mehr, muss ich ganz offen sagen. Auch bei uns ist natürlich die Lieferkettenstörung nicht vorbeigegangen, sondern auch wir haben es. Aber wir haben zum Glück jetzt zum Schluss noch ein paar Fahrgestelle bekommen. Muss man dazu sagen, wir verbauen hauptsächlich Fiat 35, die kriegst du immer noch besser als ein Fiat 40, also als die schweren Fahrgestelle. Der Dreieinhalb-Tonner. Genau, das ist der Dreieinhalb-Tonner, weil bei uns sind serienmäßig alle Fahrzeuge auf Dreieinhalb-Tonnen aufgrund der Führerschein-Problematik. Hast du diese eine Formteil mal da, dass ich das sehen kann? Wo wird das angebaut, der Spoiler? Das wird bei uns in der Aufbaufertigung angebaut, wo wir eben gerade durchgelaufen sind. Da können wir beim Rückweg nochmal anhalten, das stimmt nur eins an der Seite. So, das ist jetzt zum Beispiel ein Kunde von euch, kann man ruhig mal zeigen, die Landbäckerei Schaub. Genau, das ist ein Gebrauchfahrzeug in diesem Fall, genau, und der wird jetzt gerade aufbereitet. Wird aufbereitet, so. Und wenn du jetzt übrigens mal nach rechts mal schaust, da kann man mal sehen, wir haben ja bei uns hier in dieser Reparaturabteilung, wo wir uns gerade befinden. Also wir sind jetzt noch nicht direkt in der Produktion, sondern hier sind wir im Reparaturbereich, wo also die Fahrzeuge vom Hof aufbereitet werden oder Kundenfahrzeuge umgebaut werden. Und wir bearbeiten natürlich auch Kunden- bzw. Kundenfahrzeuge, die wir jetzt nicht selbst hergestellt haben. Und hier kann man mal ein Fahrzeug sehen, was jetzt nicht von uns gebaut worden ist, mit einem farbigen GFK. Da sieht man mal, was das für ein Unterschied ist. Da siehst du, dass die Profile ringsherum, die sind alle in Silber eloxiert. Ist der so draußen gelaufen? Ja, ja, der ist so draußen gelaufen. Der fährt auch wieder raus. Der ist so draußen unterwegs. Mit dem nackten GFK? Ja, ja, so sehen die aus nach ein paar Jahren. Und wie gesagt, das ist halt ein Nicht-Seiko-Fahrzeug. Das ist euer? Genau, das ist unser. So sieht unser aus, so sieht der Wettbewerber aus. Das ist ja krass. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Also ich werde da jetzt mal öfter drauf achten, wie es ist. Es gibt ja die und die. Und dann siehst du auch hier die Kanten und alles. Das ist alles ein bisschen anders gemacht. Genau, das ist alles ein bisschen anders. Das ist halt ein, sag ich mal, sehr preisoptimierter Anhänger, den man hier jetzt sieht. Und hier wird jetzt Seiko-Qualität eingebaut. Das kannst du hier sehr schön sehen. Hier kommt jetzt eine richtige Seiko-Qualitätskarosserietür rein. Und sowas machen wir also auch. Ja, also wenn ihr das mal habt. Das ist natürlich eine Geschichte, das ist mehr so Service für die Kunden. Also so richtig Geld verdienen tut ihr damit nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Das, ich sag, oder? Also es nimmt jetzt nicht den Großteil unserer Produktion ein. Das muss man schon so sagen. Hier übrigens nochmal ganz interessant. Nein, nein, ich sag nur, Service für Dritte finde ich geil, dass ihr das macht, weil viele machen das gar nicht. Die sagen, wir machen das nur für unsere Fahrzeuge und fertig, ja. Aber ihr habt ja viele Kunden, die haben eben verschiedene Lieferanten. Genau, ja, weil sie haben halt aus der Vergangenheit, ich sag mal, andere Mütter haben auch schöne Töchter, haben vielleicht mal woanders gekauft und sind jetzt auf unser Produkt gekommen. Und da wollen wir sie natürlich auch nicht mit ihren alten Fahrzeugen wegschicken, sondern sagen, komm, wir kümmern uns drum. Ist das der von euch denn hier? Der ist von uns und der ist über 30 Jahre alt. Also der ist schon 91, 92. Der läuft noch? Der läuft noch. Der läuft noch. Der Kunde hat gesagt, er findet den Wagen so toll, dass er unbedingt den nochmal komplett aufarbeiten lassen will. Der hat jetzt gerade komplett neue Arbeitsflächen gekriegt. Der hat einen komplett neuen Fußboden unten gekriegt. Also die Fußbodenbeschichtung, weil die Originalware war... Die war fertig irgendwann. Genau, also der Fußbodenbelach war irgendwann abgelatscht. Das passiert halt so nach 30 Jahren. Hier sieht man die Kupplung. So war das früher, ne? Ja, früher war das so. Der hat eine hochklappbare Deichsel. Das ist natürlich noch, sag ich mal, zuge... Genau. Ist aber Luxus. Das heißt, im Prinzip je nachdem, du kannst noch auf den Traktor ziehen dann, oder? Ja, ja, ja. So, der Fußboden ist neu. Genau, der ist komplett neu. Selbst in den Schränken unten ist der neu. Und ja, Seiko-Qualität, die hält ihn einfach. Ich habe mich natürlich mehr gefreut, wenn der Kunde gesagt hätte, kaufe einen neuen Anhänger. Aber trotz alledem, sie werden benutzt. Da sieht man mal, was gute Qualität ist. So, hier drüben habt ihr im Moment einen Schwung Anhänger habt ihr drin? Genau, genau. Jetzt haben wir gerade unser Modell 4,30 Meter. Das bauen wir jetzt gerade. Das sind die Kühlanlagen, ne? Genau, das sind die riesengroßen Verdampfer. Die haben wir ja vorhin schon mal gesehen. Hier kannst du es jetzt nochmal sehen. 100 Millimeter dick, 400 Millimeter breit. Also das ist schon eine Wucht. Und das in jedem Fahrzeug bei uns drin, was eine Kühltheke hat und was eine Wochenmarktkühlung hat. Die Befüllung macht ihr später selber, oder? Ja, das machen wir komplett selber. Es wird auch mit jedem Wagen nochmal hinterher in der Wärmekammer einen Kältetest gemacht mit jedem einzelnen Fahrzeug. Weil wir wollen beste Qualität an den Kunden geben. Das ist das A und O. Jeder Wagen wird getestet. Kältetechniker müsst ihr ja dann haben. Also das ist ganz wichtig. Genau, genau. Die kompletten Gewerke haben wir bei uns vertreten. Da brauchen wir Zulassungen, habe ich jetzt erfahren. Also da kann nicht mehr jeder irgendwelche Kühlmittel kaufen. Sondern das ist, ich sag mal, ist der Klimakiller. So ein Stoff, da muss man sehr verantwortungsvoll mit umgehen. Ja, definitiv. Also da schicken wir auch unsere Kollegen regelmäßig auf Lehrgänge. Das ist ja auch mal ganz wichtig. Fortbildung wird bei uns immer groß geschrieben, damit eben auch immer alle up to date sind. Hier rechts kann man es jetzt mal sehen, wenn man hier, äh links kann man es jetzt mal sehen, wenn du hier mal reinguckst. Da ist das Kühlaggregat, das wird für uns beim Lieferanten extra zusammengestellt. Wir sagen, welche Komponenten wir haben wollen. Und dann wird das Aggregat, wie gesagt, für unsere Verhältnisse zusammengestellt. Und hier sieht man wieder, das ist echt eine massive Anlage für so einen, in Anführungsstrichen, kleinen Anhänger. Damit könnte man sogar eine kleine Kühlkammer mit kühlen, also im Festbetrieb, oder? Ja, ja, das wird funktionieren. Das Ganze ist redundant ausgeführt, zwei Motoren? Genau, das sind zwei Verdichterkapseln, die man obendrauf sehr schön sehen kann, mit einem riesengroßen Lüfter unten drunter. Und sollte wirklich mal was ausfallen, könnte man noch eine abklemmen, sodass es entsprechend weiterläuft. Also du hast eben gehört, dass er sagt, das wird für uns konfektioniert. Das heißt, nach unserem Wunsch gefährt ist dieses Aggregat. Nein, viele Verkaufsfahrzeuge draußen haben einfach ganz normale Standardkühlung drin und nicht für mobile Geschäfte. Und die Anforderungen sind ganz anders. Wenn ich im Kühlraum was habe, ist es ganz anders, als wenn ich es im Verkaufsfahrzeug habe. Die müssen ja zuverlässig funktionieren. Also Ausfall bedeutet immer Verdienstausfall. Genau, Ausfall bedeutet, du kannst nach Hause fahren. Dein Wochenmarkt ist hin. Und wenn du Pech hast und Waren... Wenn der dann noch zwei Wochen weg ist und... Ja, genau. Wenn du Pech hast, ist dann dein Marktplatz dann irgendwann auch besetzt. Und was hier eben auch ein großes Thema ist, wir bauen die Kühlanlagen auch bewusst, sag ich mal, unten im Verkaufswagen ein und nicht irgendwie oben auf dem Dach. Beim Basisfahrzeug zum Beispiel, weil da knallt den ganzen Tag die Sonne drauf. Da hast du ja wenigstens noch einigermaßen vernünftige Temperaturen. Fizienz ist ja das Thema, ja. Das heißt, diese Unterflugkühlanlagen blasen nach außen, nach unten. Genau, die blasen nach außen und ziehen sich von unten die Luft an. Hier kommt später noch ein Luftleitblech mit unter, damit er also die Gischt nicht reinzieht in die Anlage. Sich nicht selber die warme Luft anzieht, ja. Ja, und vor allem damit er auch während der Fahrt nicht den ganzen Dreck da reinkriegt. Deswegen ist das sehr, sehr gut abgedichtet dort. Ja, auch hier kannst du wieder sehen, alles schon schön lackiert. Auch über der Kühlanlage ist noch so eine kleine Regenrinne noch mit dabei. Du siehst fast keine Einschlüsse im Lack. Also du musst schon genau gucken, dass du überhaupt mal irgendwas siehst. Hier vorne, weißt du, da musst du schon gegen das Licht gucken, dass du mal irgendwann mal einen kleinen Einfluss siehst. Die lackieren schon mit Liebe, oder? Ja, da geben sie sich ganz viel Mühe, unsere Kollegen. Also die haben das echt drauf, muss man sagen. Aber man könnte ja auch so ein GfK lackieren, weil das Coole ist ja beim GfK, du siehst nicht alles direkt. Weil das ist ja nicht so glatt wie Alu. Und da könnte man ja ein bisschen weniger genau arbeiten. Aber das ist schon echt gut lackiert. Du wirst kein Montagsauto bei uns kriegen, wo man sagt, heute ist Montag, heute läuft es mal nicht. Ihr baut Montags auch? Auf gar keinen Fall, niemals, weil das ist nicht gut. Wir bauen immer nur dienstags, da geht es los. Aber wir haben eigentlich auch in jedem Produktionsschritt auch immer schon die Qualitätskontrolle dabei. Das heißt, wir haben Checklisten, was sich angeschaut wird und das wird geprüft, ob das schon in den Produktionsschritten so erfolgt ist. So, das ist die Schreinerei, die hat hier schon zugeliefert. Hier sieht man sehr schön, dass auch das Holz kein Holz ist oder quasi Spezialholz. Genau, genau. Das ist Spezialholz, was hier schon mit einem Schichtstoff belegt worden ist. Und hier, das ist ein Hochdruckpresslaminat aus dem Fußbodenbereich, also extrem abriebfest. Und hier dann zusätzlich mit einer Kunststoffmöbelkante versehen. Die ist also auch im Original breiter. Die wird also mit einer Maschine draufgepresst unter Hitzeeinwirkung und verklebt. Und dann wird die abgefräst an den Rändern. Deswegen ist das hier mal so ein bisschen abgerundet. Und man sieht ja auch, wie dick die ist. Dementsprechend hat sie auch eine sehr, sehr hohe Langlebigkeit. Also das heißt, die löst sich auch nicht so einfach ab, weil das ist eine spezielle Maschine. Richtig. Die musst du dann schon mit der Kombizange runterreißen, damit die irgendwann... Da muss mit Gewalt rangehen, sonst funktioniert das. Hier siehst du auch sehr schön, ihr habt alle Kanten nochmal isoliert. Also nochmal, dass keine Feuchtigkeit irgendwie überhaupt eindringen kann. Genau, obwohl das Holz es tatsächlich abkönnen würde. Weil wir verwenden hier hauptsächlich Okuma-Holz. Das ist ja ein Holz, was also auch feuchtigkeitsresistenter ist in Kombination mit Pappel. Aber trotzdem werden alle Schnittkanten nochmal zusätzlich versiegelt. Guck mal hier, wie schön das gemacht ist. Siehst du hier selbst Stellen, die du gar nicht siehst? Ne, genau. Das ist so von unten. Das sieht hinterher kein Mensch. Aber auch da geben wir uns genauso viel Mühe wie an allen anderen Stellen. Cool. Ja, es geht um Langlebigkeit. Made in Germany. Jetzt habe ich heute gelesen, Exportvolumen waren 750 Milliarden, glaube ich, im Quartal. Was da ist? Verkauft ihr viel ins Ausland? Wir haben relativ wenig ins Ausland. Unser Hauptmarkt ist Deutschland. Was dann als nächstes kommt, ist ein bisschen Österreich, ein bisschen Schweiz und die Benelux-Staaten. Das ist so das, wo noch Fahrzeuge hingehen mussten. Oder Holland irgendwie? Ja, Holland, also Benelux. Wir haben in Holland einen Partnerbetrieb, die Firma Fredefeld, mit denen wir da sehr, sehr viel zusammenarbeiten. Und die bearbeiten für uns den holländischen Markt. Aber ansonsten ist das Hauptgeschäft einfach hier in Deutschland. Hier vorne hat man es übrigens nochmal schön mit dem Fußboden gesehen, mit den Waben. Da kann man es nochmal sehr schön sehen. Mit dem draufgebrachten Fußbodenbelach. Hier ist der Fußbodenlaschen drauf. Du siehst hier auch, hier sind auch richtige GFK-Fasern nochmal zusätzlich mit drin. Da kann nichts passieren. Das heißt, also Feuchtigkeit... Gar nichts kann da passieren. Und der Feuchtigkeit kann ich eindringen. Wir haben eine zusätzliche Verstärkung auch hier wieder im Fußbodenbereich drin. Also du siehst, da hat sich echt jemand Gedanken bei gemacht. Auch die Deichsel habt ihr selber gebaut. Das heißt, ihr könnt hier solche Gimmicks machen wie dieses Rost, dass du auch die Schuhe sogar abstreifen könntest, oder? Ja, richtig. Ganz genau. Dafür ist das Ganze auch gedacht. Also nicht nur zum Laufen, sondern auch zum Abstreifen, damit einfach auch die Feuchtigkeit und so weiter runterkommt. Damit bei Frost, damit man nicht rutscht. Da ist auch extra eine V-Deichsel. Aus unserer Sicht stabilitätstechnisch das Beste. Also ihr habt auch eine eigene Fertigung für Trittstufen, wie ich sehe. Ja, das sind unsere spezial isolierten Trittstufen für kleine und große Menschen. Ist das so stabil, dass du dich da die Mitte, wenn du mal gerade eine dynamische Last in der Mitte machst... Ja, ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist euer Material? Ja, das ist unser normales Standardmaterial. Und übrigens genauso stabil sind auch unsere Dächer. Unsere Dächer sind alle begehbar. Also der Sönke und ich, wenn wir uns jetzt einfach mal gucken... Wenn ihr euch mal beide gleich mal draufstellt. Wenn der Sönke und ich, wir beide noch zwei so eine schlanken Menschen dazu hätten und aufs Dach gehen... Ja gut, 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 gut. Ihr steht ja... Nein, stopp. Ihr steht ja jetzt auf den Füßen. Stellt euch mal gerade... Ja, genau. Ne, ne, mal so quer. Wenn ihr euch mal so quer rein stellt. Genau. So ineinander ganz lieb. Und jetzt mal ein bisschen wackeln. Also das Zeug hält... Ich denke mal, hier waren so gut und gerne zusammen 100 Kilo drauf, oder? Ja, ganz knapp, aber nur, ne? So, ich gucke mal gerade. Also das Zeug hält. Ja. Da vorne ist es blau. Ist das ein anderes Material? Hier die Stufe? Ja, das ist das Material, was wir früher hatten. Wir haben den Schaum mittlerweile getauscht in einen grauen Schaum. Da hat aber nur der Lieferant seine Produktfarbe geändert. Also die Eigenschaften sind die gleichen. Die Stufe haben wir auch schon seit Ewigkeiten. Das heißt, sie ist haltbar. Das Material ist echt geil. Und ist das leicht, wenn du es mal gerade hochhebst? Also es wiegt nicht so viel. Das wiegt fast nichts. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist ja der große Vorteil, warum wir auch so leicht bauen können. Weil wir hatten ja eben gerade das Fahrgestell. Da sparst du aufgrund des Feinkornstahls ja bestimmt ein Drittel Gewicht gegenüber normalem Baustahl. Und dann kommen unsere Wände und der Fußboden dazu. Da sparst du eine ganze Menge ein und hast trotzdem ein wesentlich besseres Produkt. Und eben einfach die Zuladung, die du da jetzt, sag ich mal, als Mäher da drin hast. Wenn du das Feen-Sandwich machen würdest, das würde, glaube ich, anders aussehen. Hier sieht man auch, ihr habt sogar die Möbel mit einer Leiste versehen, durchgehend. Hast du das gesehen? Ja. Ist das hier so eine Thekenablage? Mal gucken, was ist das jetzt? Da ist ein Verstärkungsprofil durchgehend drin. Guck mal. Genau, das machen wir ganz bewusst, weil wir hier später noch eine zusätzliche... Das sind Beleuchtungskästen sind das, die wir hier noch mit einbauen. Beleuchtungskästen, okay. Genau, Dachbaumborde. Da kommt später unten Beleuchtung mit rein. Und deswegen ist das so zusammengeschraubt. Schön gemacht. Das heißt, alle Beschichtungen macht ihr selber? Die HPL-Aufträge macht ihr mit der Beschichtung? Ja, die machen wir alle komplett selber. Also da kaufen wir gar nichts zu, sondern das wird komplett selbst gemacht. Und hier kann man es sehr schön sehen, eben die verleimten Schichtstoffplatten, die wir hier haben. Und die sind eben auch total robust gegenüber, wenn man jetzt eine normale Pressholzplatte nimmt. Hier ist auch nochmal so ein durchgehendes Profil obendrauf, damit es auch ja nicht sich verzieht. Gerade bei den Längen. Das hat hier eine andere Begründung. Das ist eine Thekenarbeitsfläche. Hier werden später Scheiben draufgepackt. Abdeckscheiben, genau. Also beides. Genau, also das hier wird nachher horizontal eingebaut. Und hier sind die Möbel. Auch da habt ihr... Das heißt, ihr habt gar keine Möbelverbinder im Einsatz. Ihr habt das alles fest. Genau. Wie funktioniert das, dass es trotzdem hält? Das ist ja zusätzlich auch noch miteinander verklebt. Ah, okay. Genau, und von unten sind noch Winkel drunter. Die kannst du von hier jetzt schlecht sehen. Aber zusätzlich werden auch noch Winkel mit eingebaut. Ich habe einen Möbelverbinder gesehen. Der ist wahrscheinlich nur für die Montage der Platte, oder? Richtig, genau. Weil hier kommt ja nachher oben noch die Arbeitsfläche oben drüber. Cool. Genau. So, hier sieht man schön die Farben. Drei Farben. Da vorne ist so ein... Hier sogar. Struktur, Handwerksqualität. Jetzt ist Freitagnachmittag, muss man sagen. Genau, also die Kollegen sind hier jetzt schon ins Wochenende gestartet. Deswegen, eine Kollege muss noch ein bisschen Überstunden machen. Also nicht, dass ihr denkt, da wäre nur ein Mitarbeiter. Sondern ihr habt... Wie viele Leute habt ihr noch? Ja, wir sind 75 Kollegen sind wir und Kolleginnen. 75, das ist eine ganze Menge. Und die Verkaufswagen verkauft ihr oft noch? Oder sind das hauptsächlich Wohnmobile, Fahrgestelle drunter, Selbstfahrende? Also das Hauptprodukt bei uns sind Selbstfahrer, also vorne mit dem Triebkopf dran. Also ich denke, das wären ungefähr 70 Prozent sind das der Fahrzeuge, die wir verkaufen. 30 Prozent ungefähr Anhänger. So, komm, wir gehen noch in die Möbelfertigung, dass wir das haben. Was sagt die Uhr? 41 Minuten haben wir gebraucht bis jetzt. Aber das ist auch wichtig, dass wir ein bisschen... Wir haben bereits ein Fertigungsvideo gemacht, aber heute sehe ich das mit ganz anderen Augen. Wir haben nämlich das Fahrzeug gezeigt, den Rock. Das ist er. Und der allererste war das? Genau, das ist der allererste. Nächste Fahrzeug ist in der Planung. Auch andere Fahrzeugmodelle, so wie beispielsweise auf dem Artego, werden jetzt gerade gebaut. Da habt ihr ja ganz viel übernommen. Das heißt, alles, was wir jetzt gesehen haben, ist quasi von der Stabilität her von dem... Das ist Nutzfahrzeug, oder? Ja, genau. Also das ist im Prinzip ein schweres Nutzfahrzeug von der Qualität. Also da ist an nichts gespart worden. Da ist genau die gleiche GFK-Qualität, die gleichen Wände, das gleiche Fahrgestell. Sönke zeigt gerade auf die Frontmaske, auch das ist da komplett mitverwendet worden. Alles GFK, also kein... Wie heißt das andere nochmal? Kein Alu. Nee, dieses Kunststoff. Ach so, ABS-Kunststoff. ABS. Genau, ja. Nein, kein ABS-Kunststoff. Kein ABS? Ganz bewusst nicht. So, was ist das für ein Ding? Vom Kunden? Ja, das ist tatsächlich ein Kundenanhänger. Ich kann gar nicht genau sagen, wer das gebaut hat. Der sieht sehr spannend aus. Ein Kreppwagen. Ja, genau. Da werden wir drinnen noch einige Sachen zusätzlich mit einbauen. So, werden wir sehen. Jetzt sind wir hier auf dem Gelände. Freitag, Samstag, arbeitet ihr nicht, oder? Nein, wir arbeiten von Montags bis Freitags. Das ist auch für unsere Mitarbeiter eine schöne Geschichte. Wir kriegen die Arbeitszeit so weit untergebracht, dass wir flexibel variable Arbeitszeiten unterhalb der Woche einrichten. Und die Kollegen am Wochenende die Zeit für ihre Familien haben. Habt ihr Glück, Leute zu finden? Es ist zwischen den Großstädten, zwischen Hamburg und Bremen ist das nicht ganz so einfach, weil eben einfach die Großstädte in der Nähe sind. Und deswegen versuchen wir einfach mit flexiblen Arbeitszeiten, mit speziellen Arbeitszeitmodellen unsere Mitarbeiter also auch zu finden. Wir haben viele Mitarbeiter, die schon sehr, sehr viele Jahre hier sind. Zehn Jahre, zwanzig Jahre, dreißig Jahre sogar. Und da sind wir sehr stolz drauf und freuen uns dazu. Und wir sind natürlich dadurch, dass wir jetzt im Bereich Camper zusätzlicher noch aufbauen, dort auch die ersten Fahrzeuge ja bereits im Bau haben, ist es so, dass wir da natürlich noch zusätzlich das Personal auch aufstocken wollen und auch noch weiterhin Arbeitskräfte suchen. Also Initialbewerbung immer hier ans Haus, wir können fast alles gebrauchen. Du bist der, genau, ich habe ja schon gehört, du bist der, der einstellt. Jetzt nicht mehr, aber damals war es so, aber ich freue mich über neue Kollegen. Ich freue mich über neue Kollegen, der ist schon lange dabei. Kannst du dir was anderes vorstellen, als irgendwelche Verkaufsfahrzeuge zu verkaufen? Nein, nein. Warum ist das so geil? Ich werde auch regelmäßig gefragt, tatsächlich willst du nicht bei uns, aber ich will ihn nicht. Sondern das hier ist ein toller Arbeitgeber, das ist ein toller Job, das ist spannend. Hier wird auch viel verlangt und es wird viel geboten. Also tatsächlich, da wäre ich jetzt gerade nicht viel bezahlt, ich bin aus Überzeugung hier. So, die Zahlung machen wir gleich. Genau. Das ist ein MAN Allrad. Ich gucke mal gerade, ob es ein Allrad, Verteilergetriebe mit Differenzialsperre. Das wird ein Expeditionsmobil. Hier kommt also ein Koffer drauf mit Möbelbau. Das ist jetzt eins unserer nächsten Projekte. Das ist eine Kundenanlieferung, also auch ein ganz, ganz spannendes Projekt. Ein ganz normales Wohnmobil. Ein ganz normales Wohnmobil, aber es wird ein Original Seiko. Richtig, das wird ein Original Seiko, ein richtiges Hammerprojekt. Also da sind wir alle schon total gespannt drauf, wir freuen uns. Und die Mannschaft ist da hochmotiviert. Im Moment ist es so, dass die Ingenieure das Fahrzeug zeichnen, weil bei uns wird jeder Wagen gezeichnet. Es gibt ein 3D-Modell. Das wird wann fertig? Dieses Jahr noch? Ja, der wird dieses Jahr noch fertig. Genau. So, und werden wir gleich mal sehen. Und ja, das hat mir der Ivo schon gesagt, dass er hier steht. Ihr wollt jetzt sogar schon begonnen haben, aber ihr habt gesagt, nee, ihr stimmt wirklich alles ab. Hier wird nicht erst begonnen, sondern es muss alles 3D-mäßig im Rechner sein und dann wird losgelegt. Genau, weil das Gute ist ja immer, dadurch, dass wir das ja über die Software entsprechend auch abbilden können und über unsere Ingenieure, hat man dann nachher auch wirklich ein fertiges Bild. Weil am Anfang ist ja immer so, der Verkäufer stellt sich was vor, der Kunde stellt sich was vor. Dann wird irgendwann ein Vertrag gemacht, es wird was bestellt. Wichtig ist aber, dass am Ende auch das rauskommt, was beide in ihrem Kopf haben. Und deswegen zeichnen wir das. Und dann hat der Kuhn eben einfach auch nochmal die Möglichkeit, sich das auch mal anzugucken. Und wenn es dann kleinere Änderungen gibt, kann man das da entsprechend noch wunderbar mit unterbringen. Und am Ende des Tages, wenn es dann wirklich zu der glorreichen Übergabe des Fahrzeugs kommt, kann man ihm wirklich sagen, das ist auch genau der Wagen, so wie ich ihn mir vorgestellt habe. Und man hat nicht nochmal irgendwie 20 Änderungen, sondern man kann direkt losfahren, weil es ist das, was man sich vorgestellt hat. Und das ist immer ein ganz tolles Erlebnis, wenn die Kunden dann zu uns kommen und ihr Fahrzeug mitnehmen, kriegen immer eine vernünftige technische Einweisung und das macht richtig Spaß. Ich zeige mal gerade, also hier die Baustellenversion, so oder so ähnlich könnte der auf einer Baustelle laufen. Hier sieht man also viele Extras, hat er gut konfiguriert und natürlich die elektronischen Spiegel, auch bei MAN sind da. Komm, wir gehen noch kurz in die Möbelfertigung, da müssen wir raus. Denn wir wollen heute noch einen Anhänger zeigen, der steht draußen, nämlich der erste multifunktionelle Anhänger. Richtig, unser Rocktrailer, den werden wir gleich noch präsentieren. Also ein ganz spannendes Projekt, lasst euch da auf jeden Fall überraschen. So, das ist die Möbelfertigung. Genau, hier sind wir in unserer Möbeltischlerei angekommen. Also hier kann man jetzt auch schon sehen, dass für die verschiedenen Aufträge bereits Möbel vorgefertigt worden sind. Wir bauen immer dann die Möbel, wenn die Fahrzeuge sich in der Lackiererei befinden. Weil dann hast du das Ganze just in time. Das bedeutet, also kommt der Wagen wieder aus der Lackiererei, dann werden die Möbel direkt über diese blauen Rollwagen entsprechend in die Produktion gebracht und eingebaut. Ein Wagen ist ein Auto quasi? Ja, im Prinzip oder so wie hier eine Serie. Diese Teile hier, die sind schon für die Fahrzeuge, die wir gerade gesehen haben. Das sind Dachbäume, die oben unter der Decke angebaut werden, wo später Beleuchtung und so weiter reinkommt, über der Theke. Sag mal, für euch selbst Einbauküchen, könnt ihr die selber fertigen oder lohnt sich das nicht? Ja, doch, das können wir auch. Könnt ihr auch schon, zur Not. Ja. Gott. Was ist das hier, so ein Boden? Das hier ist auch eine abgehängte Decke. Abgehängte Decke, natürlich. Genau, abgehängte Decke. Da siehst du hier oben schon die Öffnung für Strahler. Und da sieht man auch, bei großen Fahrzeugen nehmen wir eine Sandwichplatte. In diesem Fall aber nur ein 20er Sandwich. Ist ja innen. Genau, ist ja innen, reicht aus und wir haben es dann nochmal mit Möbelschichtstoff belegt. Das machst du denn auf eine Dünnsperrholzplatte. So, und was hast du? Wir machen Ladenbau und dazu gehört eben auch mal was, also Ladenbau. Wir machen auch mal Sachen, die sind rund oder sind abgekant. Manchmal müssen unsere Tischler sogar Setzkästen oder Teekästchen, je nachdem, was der Kunde so wünscht. So, und die Werkstoffe sehe ich schon, ist nicht nur Holz, kann auch Alu sein. Richtig, das ist... Genau, das sind jetzt Rutschkanten dort für die Papierfächer, damit die Verpackung nicht in den Gang reinrutscht. Das ist jetzt praktisch unterhalb dieser Arbeitsfläche, die wir hier gerade gesehen haben. So, also große Tischlereien, nicht mehr so viel los. Die Standard-Tischler-Arbeitsmaschinen, wir können ja mal da vorne hingehen. Also, wenn Sie noch ein neues Verkaufsfahrzeug brauchen, auch wenn Sie keins brauchen, kaufen Sie es ruhig bei Seiko, das da ist. Aber ich denke, die Profis, die ganzen Bäckereien und so weiter, das ist ja ein Riesenmarkt, ihr seid ja nicht der Einzige. Aber ihr seid hier im Norden, seid ihr schon in Nummer, oder? Ja, definitiv. Also, wir gehören schon zu den größten Anbietern in diesem Markt. Wenn ich aus Bayern komme, darf ich auch bei euch kaufen? Das dürfen Sie auch. Ganz herzlich willkommen bei uns. Sicher? Ja, na, ganz klar. Wir haben auch viele Fahrzeuge in Bayern. Du hattest ja vorhin gefragt, ein Fahrzeug mit dem Ofen. In München auf dem Wochenmarkt steht zum Beispiel ein ganz tolles Fahrzeug mit zwei Backöfen von uns. Ein Original-Seiko? Ja, ein Original-Seiko, ganz tolles Fahrzeug. Ein riesengroßes Bäckermobil ist Anfang letzten Jahres rausgegangen. Also, ihr würdet schon sagen, ihr seid der MAN, der Mercedes unter den Verkaufsfahrzeugen? Ja, also, ich behaupte, wir sind eher der Audi, weil wir sind definitiv der innovativste Hersteller von Verkaufsfahrzeugen. Weil viele technische Innovationen, wie die Umluftkühltheke, wie auch vorher verzinkte Fahrgestelle oder auch der Leichtbau, die stammen von uns und wurden dann oft kopiert, aber die Qualität wurde halt doch nicht erreicht. Stimmt das? Ja. Er ist noch nicht so lange da wie du. Doch, ich kann das bestätigen. Viele Dinge haben wir wirklich erforscht, erprobt. Wir haben sie entwickelt, wir haben getestet, wir haben die Kühlung getestet. Da profitiert heute der gesamte Fahrzeugbau in dem Bereich von. Viel ist abgeguckt worden. Das darf so sein. Das macht uns stolz. Aber wir haben auch wirklich versucht und entwickelt und Test reingehabt. Ich kann mich erinnern an einen Hähnchenwagen, den hat man mal angesteckt, um zu wissen, wie lange brennt er. Das war in den ersten Tagen. Und, wie lange hat er geplant? Ich habe die Dinger noch vorliegen. Es dauert eine Weile, bis er weg ist. Bis er abfackelt. Ja, ganz genau. Aber das war einfach mal eine Sache, die hat den früheren Unternehmer interessiert und dann hat er es gemacht. Es war. Ja, du guckst so. Wie lange brennt so was? Wie lange brennt so was? Damals war es auch so, dass man gesagt hat, für Grundlagen, wir nehmen mal ein nagelneues Fahrzeug und flexen das mal komplett auseinander. Dann wissen wir, was wir damit machen können. Also so viel Grundlagenarbeit haben wir hier gemacht. Habt ihr mal einen Überroll-Test gemacht? Nein, also dass wir die umgekippt haben, nicht. Das hat mal, also ein anderer hat das mal gemacht. Also die haben die einfach mal runtergeschmissen. Krankenwagen war das, weil die Krankenwagen des Öfteren mal in Unfälle verwickelt sind, da die ja auch Rotlichtfahrten machen und so. Da passiert es halt schon mal. Und dann haben die den mal abgerollt und er hat Stand gehalten. Auch GfK, auch Sandwich, also so ähnlich wie ihr. Also unsere Kunden haben es aber schon zumindest seitlich versucht, wenn sie in Graben gefahren sind. Haben schon seitlich schon. Das ist schon passiert. Okay, das heißt, der Aufbau lag nicht auf der Straße. Nein, 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 tatsächlich. War noch fest. Ja, war noch fest, wurde sogar hinterher noch zum Ankauf angeboten. So, dein Name? Mein Name ist René Arendt. Geschäftsführer, da stehst du auch nochmal. Geschäftsführer der Seiko Verkaufsgeschäft. Und du bist Sönke? Sönke Figur. Ich bin für den Fachbereich Hähnchenwagen hier. Sönke Figur, Fachbereich Hähnchenwagen, das zeige ich mal gerade. Ah ne, ich bin zu tief. Seiko. Das ist die größere Fläche. Seiko.de. Ne, es war Spaß. Ja, Hähnchen. Riesengeschäft. Du siehst überall Hähnchen. Ich sage mal, mobile. Sind da viele von euch in Deutschland? Ja, da kannst du, also wirklich, was die dreieinhalb Tonnen Klasse angeht, da kannst du Gift drauf nehmen. Und da sind wir, glaube ich, ganz weit vorne. Und auch hier wieder sind es tatsächlich Hähnchenwagen. Ja. Ja. Bäckerwagen, wo man Hähnchen reingestellt hat. Ja. Man muss schon sehen, dass wir immer, wenn wir was machen, ist es auch genau dafür. Ja, kriegst du da irgendwie Gefühle, wenn du in Deutschland unterwegs bist und bist am Supermarktparkplatz und siehst so einen Hähnchenwagen von euch? Ja, ich bin stolz. Ich freue mich da. Ich sage dann auch, hey, ein Seiko Hähnchenwagen. Hey Mensch, hier, guck, habe ich gemacht, das Ding. Doch. Und da freue ich mich zu. Und kaufst du dann auch ein Hähnchen? Das mache ich dann, ja. Guck mal, siehst du das nicht? Ich bin permanent nur an Imbiss und Hähnchenwagen. Und dann heißt es immer, komm, willst du, nimm. Und ich sage, nee, ich muss zu Hause auch mal was essen. So, tschüss, ihr beiden. Bleibt da, wo ihr seid. Dann zeige ich euch mal gerade, wenn ihr euch mal gerade in den Arm nehmt. Ihr habt eben sogar getanzt in einem anderen Video. Das ist so seit über 15 Jahren zusammen. Genau, wir arbeiten seit 15 Jahren schon zusammen. 15 Jahren zusammen, Sönke und René. Tschüss. Tschüss.